Hast du schon mal einen Luftballon in deine Toilette gesteckt? Der Trick dahinter ist wirklich genial. In diesem Video zeige ich dir, wie er genau funktioniert. Schnapp dir dafür einen Luftballon und puste ihn ein wenig auf. Knotte ihn dazu und wickel ganz wichtig noch ein etwas längeres Band hier dran. Außerdem solltest du ein Stück Tesafilm rankleben. Warum, zeige ich dir später im Video. Jetzt stopfst du diesen Luftballon in deine Toilette. Und zwar so, dass er dieses Abflussrohr komplett verstopft. Das Band sollte raushängen. Jetzt musst du dir eine Mischung zubereiten. Dafür nimmst du dir 1 Liter Wasser und 100 Gramm Zitronensäure. Die gibst du in das Wasser, rührst das Ganze dann richtig schön um, bis die Zitronensäure sich hier komplett aufgelöst hat. Das Wasser, das du benutzt, sollte nicht mehr als 30 Grad haben. Du bekommst Zitronensäure auch bei mir im Shop. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Mit dem Gutscheincode FUCHS10 bekommst du zudem auch noch 10% Rabatt auf deine Bestellung. Jetzt gehen wir mit dieser Mischung zur Toilette und kippen sie komplett in die Toilette. Der Luftballon sollte jetzt die Toilette so abdichten, dass das Wasser hier nicht abfließen kann. Jetzt füllst du dann weiteres Wasser in die Toilette. Immer wieder und zwar so lange, bis sie bis zum Rand gefüllt ist. Denn nur dann kann unser Trick überhaupt funktionieren. Wenn sie dann wirklich randvoll mit Wasser und der Zitronensäure ist, solltest du warten. Du solltest es jetzt so ungefähr 2-3 Stunden einwirken lassen. Gerne auch länger. Wenn die Zeit dann rum ist, dann kannst du den Luftballon wieder aus der Toilette ziehen. Und dafür hast du das Band hier dran gemacht. Jetzt kann das Wasser wieder abfließen. Und um das Ganze noch zu verstärken, solltest du zum Schluss noch einmal durchspülen. Änderst du dich noch an ein Stück Tesafilm, welches wir am Anfang an den Luftballon gemacht haben? Hier kannst du jetzt eine Nadel reinstechen. Dadurch platzt der Ballon nicht, sondern lässt langsam die Luft ab, bis du ihn in den Müll werfen kannst. So spritzt dir dann nicht das ganze Toilettenwasser um die Ohren. Dank der Zitronensäure konntest du die Toilette richtig schön sauber bekommen. Und weil das Wasser so hoch stand, sogar bis unter den Rand. Hast du auch nie Lust, deinen Backofen sauber zu machen? Dann schau dir unbedingt dieses Video an. Dort zeige ich dir eine geniale Methode, wie das wirklich einfach funktioniert. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.